Morgen, Kinder, wird's was geben. So oder so ähnlich klingt ein ganz bekanntes Lied und in unserem Fall trifft's tatsächlich zu. Denn in Folge 53, in der morgigen Folge, gehen wir rein in die neue Saison. Die Saison 2024-2025 in Liga 2 mit dem Auftakt gegen Eintracht Braunschweig. Hoffentlich direkt mit einem Heimsieg und hoffentlich mit einer sehr erfolgreichen Saison. Aber damit die sehr erfolgreich wird, werden wir erstmal die heutige Folge über die Bühne kriegen, meine Damen und Herren. Es ist der letzte Part unserer Sommervorbereitung. Wir haben den 16. Juli 2024. Es ist Dienstag, 18.30 Uhr. Ich habe meinen Club, meine Clubjacke habe ich hier angezogen, Freunde. Herrlich, so schaut's nämlich mal aus. Und wir gehen rein. Wir müssen noch ein bisschen was tun. Wir müssen noch ein bisschen planen, damit bis morgen alles vorbereitet ist. In dem Sinn, wenn's euch heute wieder gefällt, ihr wisst wie's läuft, Däumchen nach oben dalassen, Links in der Videobeschreibung abchecken, Abo dalassen, auf Twitch vorbeischauen, FM holen, wenn noch nicht geschehen. Vielen lieben Dank für euren Support. Und damit würde ich sagen, starten wir relativ schmerzlos direkt rein. Wie angesprochen, wir dürften heute, das wollte ich nämlich auch mal direkt mit euch angucken, sehen, dass wir oder auf wen wir treffen. Bayern 04 Leverkusen unter Xabi Alonso im letzten Jahr den DFB-Pokal gewonnen, beziehungsweise in diesem Jahr, in der abgelaufenen Saison. Am 21.07. wird er ausgelost. Das heißt, in fünf Tagen ist es soweit. Und wir waren weiterhin, ich hab ja meinen schlauen Zettel noch auf meiner Seite, weiterhin auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger, potenziell nach einem Stürmer, potenziell nach einem ZM. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Und natürlich auch die Frage, wie geht's weiter unter anderem mit ihm hier. Nathaniel Brown hat ein Preisschild dran bekommen. Sieben Millionen. Ich hab's auch noch mal in den Kommentaren gelesen, ihr wolltet nicht loswerden. Versteht mich nicht. Falsch. Ich würde den Mann auch sehr, sehr gerne bei uns behalten. Sollte aber jemand für sieben Millionen auf uns zukommen, dann werden wir da schauen, dass wir das Ding durchkriegen. Wir haben auf der Linksverteidiger-Position einfach auch qualitativ ganz gute Leute. Natürlich wird er sich geisteskrank entwickeln. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, aber wir müssen da höchstwahrscheinlich zumindest mal ein bisschen was tun. Aber gut, das eilt zumindest nicht. Ist aber wiederum auch damit verbunden, sollte uns niemand anderes verlassen, dass es schwierig für uns wird, anderweitig irgendwie Geld auszugeben, solange keins reinkommt. Gucken wir uns aber ganz entspannt an. So, ähm, ich würde tatsächlich sagen, jetzt nochmal ein, zwei Tage voran, die Probetrainings enden nämlich sehr, sehr bald. Dann müssen wir auch noch die Partie planen, beziehungsweise die Trainingswoche planen, gegen, ähm, bevor es dann gegen Eintracht Braunschweig geht. Augsburg hat ein Angebot gemacht für Timothy Fosu-Mensa. Das sehen wir leider nicht für wie viel, ne? Das hätte mich tatsächlich mal interessiert. So, und dann die ersten Probetrainings, die auslaufen. John Ayaday, glaube ich, können wir relativ entspannt außen vor lassen. Jakob Italiano war, wie gesagt, glaube ich, in den letzten FM-Teilen, vielleicht ist er auch schon ein bisschen her, da war der tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, scheint, scheint dieses Jahr nicht, nicht allzu gut zu sein. Ähm, Quincy Butler, auch nochmal interessant, aus Hoffmann, beziehungsweise Sacramento, aus Sacramento. Ähm, mh, 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 22 werde jetzt 19, dann, ja, könnte man drüber nachdenken, so nicht. Ähm, Ulysses Larnes, auch nicht zwingend. Popovic können wir, glaube ich, weglassen. Domas Kubek, Freunde, schaut euch die Farbe des Bartes und der Haare an, mein Lieber. Das ist ja Wahnsinn. Aber Tor der Position haben wir gesagt, da machen wir nix. Kimo Hovi als Zielspieler, nö, Patrick Herrmann, ja, wäre natürlich grundsätzlich interessant. Das Problem ist, der Mann ist 33. Also, da könnte man, wenn überhaupt, extra klasse, liebt große Spieler. Ich meine, wir brauchen theoretisch ja auch nochmal einen da vorne irgendwie so drin, wobei er logischerweise nicht der zwingende Stürmer ist. Wir können natürlich einen Patrick Herrmann als, ähm, sehr offensiven Rechtsverteidiger nochmal mitnehmen. Ich hab heute übrigens wieder einen grünen Tee am Start, hier mit dem komischen Zeug da drin. Ich hab das Bläpperchen leider nicht mehr da. Wie hieß es wieder? Nicht ein Matcher, irgendwie sowas wie ein Matcher. Ich weiß es nicht. Wir haben es uns auf jeden Fall im Stream gemeinsam angeschaut. Ich hab's schon wieder vergessen, was es ist. Es ist auch irgendwie was, was so entspannt, zart, wohltuend schmecken soll. Was weiß ich. Der Tee schmeckt, das ist das Wichtigste. Ähm, so. Aber, äh, ich würde mal spaßeshalber nur gerne wissen, was der verdienen will. 340.000 bis 420.000. Ähm, wäre natürlich lustig, ne? Wäre natürlich lustig. Aber, ja, seh ich jetzt auch nicht so den ganz großen, den ganz großen Mehrwert drin. Julian Korb haben wir gesehen. Nelson Amadin. Lassen wir auch mal außen vor. Frit Jonsson. Ein Isländer. Erobert die fränkischen Herzen. Nö, nicht wirklich. Der Mann ist groß, physisch stark, aber sonst auch nichts. Dann haben wir nochmal Genki Haraguchi. Auch ein bekannter, ein alter Bekannter aller Bundesliga- und Zweitliga-Gucker. Wir hatten aber tatsächlich ja eher jemanden, der ein bisschen weiter nach vorne soll. ZM auf Angreifen. Ist aktuell noch extra klasse. Äh, auch da wäre tatsächlich die Frage... Mh, auch 450.000 ist mir tatsächlich zu viel. Sonst hätte man den theoretisch wirklich als Backup für Mats Möller-Deli nehmen können. So erstmal nicht. Kianz Fröse. Nö. Pierre-Michel Lasonga. Freunde, ist ja die Mama Kerstin auch mit am Start? Nö. Ich glaube, die Mama Kerstin wäre da nicht mit dabei. Christian Kühlwetter. Raphael Framberger. So, jetzt wird schon mal so ein bisschen interessanter. Ich meine, die sind ja Gott sei Dank die ganze Zeit noch da. Also nur weil hier deren Vertrag, deren Probetrainingsvertrag ausläuft, heißt das ja nicht, dass die auch allgemein wegfallen. Nein, da müsste man echt nochmal schauen. Aber ihr wisst ja, wer am Ende des Tages meine Nummer 1 Verstärkung wäre. Da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ähm, Etienne Amenido haben wir tatsächlich auch nochmal mit am Start. Aber Elferabschluss, ich will da mehr. Cinedou Ikena, vor allem Füße stark. Yari Otto, glaube ich einst mal in der Doku mit dabei. Moris Jovic, 26. Darek Jahed, auch nicht ganz so. Oh ja, über den, Freunde, das ist, das ist, das ist schon verrückt. Der Mann ist schon sehr verrückt. Wäre immer noch für die Pose gar nicht so verkehrt. Und der Mann ist 24. Also dem würde ich wirklich ein bisschen hinterherweinen. Weil das ist jemand, der uns qualitativ definitiv weiterhelfen kann. Und der auch noch ein bisschen, bisschen Möglichkeiten hat in der Zukunft. Aber das Problem ist einfach, dass wir ihn aktuell uns nicht wirklich leisten können. Ich frage mal nochmal an, wobei der hat gar keinen Berater scheinbar. Hat er einen Berater? Ist froh, gewechselt zu sein. Junge, du bist ja überhaupt nicht da. Manuel Bierwagen. Ah, er war es, Mr. Bierwagen. Ich glaube, ich spinne, Freunde. Also mit dem kann man sich doch auch mal gut stellen. Scheiß auf Papadopoulos. Wir brauchen den Bierwagen im Verein. Ähm, Rotationsspiele. Wir gucken mal kurz rein. Ja, es ist halt wieder Wahnsinn. Diese Klauseln will ich alle nicht. Also wenn der irgendwie bereit ist. Wir machen mal von mir aus 399. Ja, das sieht nicht nach einer 399 aus. 399.000. Äh. 399.000. Vorne. Dreimal die 9. Äh, zweimal die 9. Dreimal die 0. Rufen sie jetzt an. 26.000. Zwei Jahre und Option auf weiteres. Hm. Nö. Nö. Nö, nö. Beim Aufstieg nochmal 16.000. Premier je Länderspiel. Aber er spielt für Deutschland. Wenn, das kann er gerne haben. Beteiligung am Weiterverkauf. Vertragsverlängerung nach Aufstieg. Drei Jahre. Waren wir mal ein Jahr. Auflaufprämie 9.000. Das würde eher, ähm, das wäre für ihn in Ordnung. Aber wie gesagt. Freunde der Sonne. Äh, ich schließe ihn mal kurz ab damit, wenn wir ihn haben. Wir gucken ihn uns nochmal an. Aber das ist nicht das, was er braucht. Der ist ja auch kein Flügelverteidiger in dem Sinn. Das ist alles, es ist alles schwierig. Aber ich lieb ihn. Das komische ist, in unserer, ähm, in unserem Twitch-Safe, ähm, äh, mit Eschberg, auch wenn ich da immer sehr viele Vergleiche herziehe. Aber in unserem Twitch-Safe werde ich immer von meinen Mods allen voran von Smarty. Grüße an Smarty an der Stelle. Äh, abgehalten Offensivspieler zu kaufen, weil ich da nur geile Offensivspieler finde. Und hier haben wir genau das andere Problem. Hier bin ich völlig vernaht in irgendwelche interessanten Defensivtalente. Und denk nicht an meine Offensiven, Leute, ne? Also das kannst du auch niemandem erzählen. Aber Benito Rahman ist erstmal, wenn wir ihn denn holen, äh, der Wichtigere, ne? Das ist, das ist ganz klar. So, das ist in Ordnung. Dixon Abiyama, den holen wir sowieso nicht. Das sind nochmal die auslaufenden Verträge. Die dürfen halt auch nicht außen vor lassen. Die dann im, äh, Sommer nächsten Jahres auslaufen. So, das Transferbudget könnten wir halt damit hochhauen. Ich würde fast sagen, das machen wir mal, dass wir im, im nationalen Pokal das ein bisschen geringer machen. In der zweiten Liga will ich es aber normal lassen. Das heißt, damit haben wir auch nochmal ein bisschen mehr Budget. Zumindest halbwegs. Gucken wir uns gleich nochmal an, wie sich das verhält. Yusuf Paulsen unterschreibt bei Borussia Mönchengladbach. Interessant, interessant. Ich verdiene nochmal 2,75 Millionen. Die nimmt er, glaube ich, gerne mit. Und der Blick rein, jawohl. Transferbudget, schieben wir alles rüber aufs Gehalt. Dann sind wir nochmal bei 726.000 Gehaltsbudget. Aktuell 20% der Transfereinnahmen reinvestierbar. Ich bin mir da immer tatsächlich ein bisschen unsicher, inwieweit das auch die Klauseln betrifft. Da kriegen wir auch nochmal wahrscheinlich so 300.000 zusammen. Aber gut. So, Ehorst, auch noch mit am Start tatsächlich. Okay, okay. Saarbrücken-Angebot für Maximilian Bräunig. Dresden-Zimmermann. Alexander Kopf. Bla, bla, bla. Das sind die großen Fragen. Ey, wir können nochmal reinschauen. Aber ich glaube, da gibt es mittlerweile nichts mehr Neues. Snellson, Viper einmal mehr. Doch, hier haben wir nochmal vier potenzielle Sachen. Florian Krüger. Ich wollte gerade sagen, den kennt man doch auch. Schalke aus einer Brücke und so. Äh, Aue, genau. Aue. Schalke, Aue und so. Von dem hat man ja auch lange nichts mehr gehört. Interessant. Florian Krüger. Also ich zumindest in Real Life. Okay. Ähm, Wacklach. Wacklach Drchal. Mhm. Erik Exposito aus Schlaschk. Freunde, Schlaschk. Und Florian Dietz. Dirty Dietz. Dann Dirty. Freunde, da gab es ein wunderbares Lied von ACDC. Ähm. Mh, 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 mh. Es ist schwierig. Es ist weiterhin schwierig. Also Mikkel Kaufmann. Ihr wisst noch meine Meinung zu ihm. Ich kann nochmal gucken. Ähm. Warte mal, ist der schon irgendwo hin? Nee, oder? Wir sind auf der Leihliste. Ähm. Wir können mal schauen, ob sich da irgendwas ergeben hat. Nö, hat sich auch nichts Neues ergeben. Das wird auch nicht. Boah, Freunde. Aber das macht halt den Reiz aus, ne? So, Raphael Framberger würde kommen. 442.000. Es wäre schon mal ein Rechtsverteidiger. Den wir ablösefrei kriegen können. Wir müssen ihn annehmen, ne? Aber wir müssen es erstmal verschieben. Ha! Wir haben im Moment nicht die Mittel. Die Mittel! Die Mittel. Ähm. Das heißt, wir verschieben es erstmal. Das ist in Ordnung. Warum kann ich mir denn ihn nicht holen? Weil das hier dadurch geblockt wird, oder was? Wird das dadurch geblockt? Müssen wir gleich nochmal schauen. Eigentlich sollte es ja funktionieren. Ansonsten, wie gesagt, müssen wir nochmal gucken, dass wir jetzt den ein oder anderen loskriegen, den ich ja auch loswerden möchte. Also, Transfers, Transfer-Status gelistet. Brown lasse ich mal außen vor. Goller, Winzheimer, Marquez. Transfer. Zum Kauf anbieten. Abfahrt. Briefmarke drauf. Weg. Hopp. Mensch. Ihr blockiert hier alles. Ihr Schweinebacken. Ähm. Da haben wir nochmal Hermann. Pauli will Hermann. Äh. Oh. Die Westforsstadt will Sascha Mocken auf. Die alte Legende. Der Mann, der gegen uns getroffen hat. Ich erinnere mich noch gut, als es die Niederlage gegen WN Wiesbaden gab. Ich glaube ein 1 zu 4. In der letzten Saison. Wahrscheinlich hätten wir das Spiel mehr gewonnen, wären wir durch, oder? Dann wären wir wahrscheinlich aufgestiegen. Naja. So. Das können wir mal lassen. Da möchte ich nicht reingehen. Christian Kühlwetter nochmal mit dem Angebot. Neun Probe-Trainingsenden jetzt auch nochmal. Und die Frage, die wir uns auch noch stellen müssen, ist, ähm, mit wem wir planen, in das Spiel gegen Braunschweig zu gehen, was die Stürmerposition angeht. Denn, Pipi ist ja, äh, bei den Olympischen Spielen. Naja, der macht ja hier Olympia irgendwie. Weiß ich nicht. Diskuswurf. Langlauf. Ne, Langlauf machen die da nicht, ne? Freunde, ich kenn mich nicht aus mit Olympia. Ich sag's euch, wie's ist. Ich kenn mich nicht aus mit Olympia. In meinem Leben gibt's nur Fußball. Alles andere interessiert mich gefühlt nicht. Benito Ramal müssen wir auch nochmal verschieben. Das wundert mich ein bisschen, wenn ich, jetzt sag nicht, wenn ich das, achso, ich kann das hier nicht, nicht switchen. Dann muss ich ja fast die Klauseln verkaufen. Es hilft ja nix. Oh, ist das nervig. Vor allem Rahman. Ähm, wenn ich den jetzt haben wollen würde und wir ihn nehmen, dann hätt ich den halt ganz gerne fürs nächste Spiel direkt mal am Start. Ich guck mal. Für Schuranov 205.000. 35 Prozent der nächsten Transfersumme. Der Mann hat noch bis 29 Vertrag. Es sind aber scheinbar auch wirklich die Transfersumme. Die Frage ist, müssen wir es jetzt trotzdem machen? Mit Quad Vodua sind es 10 Prozent der nächsten Transfersumme. Der Mann wird aber ein wenig mehr wert sein. Zeitnah, da halten wir noch weitere Klauseln. Hat noch Vertrag bis zu 27. Also die werden den in ein, zwei Jahren wahrscheinlich verkaufen, je nachdem ihr sich entwickelt. Äh, Erik Schuranov, Freunde. Wird der noch die Entwicklung nehmen? Er ist erst 22. Aber ich sag euch auch, wie es ist. Der Mann wird jetzt nicht brutal durch die Decke gehen. Fünf Spiele, drei Tore bei Haifa. Allerdings auch von 23 bis jetzt. Also sehe ich das hier letzte Saison. Fünf Spiele, drei Tore. 7,02. Eigentlich nicht schlecht, ne? Ich werde es trotzdem verkaufen. Ich werde es trotzdem verkaufen. Transferbudget um 41.000 hoch. Jetzt können wir gleich mal schauen, ob das reicht. Papadopoulos müsste ich auferschieben. Ähm, ich glaube fast, dass wir Papadopoulos einfach ablehnen müssen. Ich bin immer noch absolut, absolut genervt. Aber es hilft nichts. Papadopoulos ablehnen. Aufgrund unzureichender finanzieller Mittel müssen wir das Ding absagen. So ist es. Und jetzt gucken wir, ob ich das aber dann hier lesen, beziehungsweise bestätigen lassen kann. Nee, ich kann es auch immer noch nicht bestätigen. Uns fehlen echt die finanziellen Mittel, ne? Das kannst du niemandem erzählen. Das kannst du niemandem erzählen. Ich hätte halt so gerne Raman zumindest mal noch ein, ähm, ein Testspiel mitgegeben. Aber auch das funktioniert nicht. Okay, wir müssen einfach mit dem leben, was da ist. Es hat niemand gesagt, dass das hier einfach wird, Freunde. Das hat niemand gesagt. Und dafür machen wir es ja in der ersten Saison gut. Und auch jetzt ist der Kader, finde ich, sehr vernünftig. Damit kann man arbeiten. Wir sind eingespielt, wir haben brutale Talente. Wir haben aber auch gute Führungsspieler. Wir haben eine allgemein relativ bis sehr gute Mischung, finde ich. Da möchte ich mich natürlich nicht beschweren. So, übrigens Saisonvorschau, auch das ganz interessant. Da können wir gerne mal gemeinsam reingehen. Wir werden auf Rang 5 getippt mit einer Quote von 9,5 auf die Meisterschaft. Duisburg, Elversberg, Osnabrück, Braunschweig, Rostock. Ja, im Grunde genommen wahrscheinlich sogar die Westforsstadt auch. Aber das sind die vier schlechtesten. Dann hinteres Mittelfeld sozusagen. Mittelfeld. Und dann würde ich fast behaupten, ab Paderborn. Ich meine, in der Liga ist sowieso alles möglich. Aber da kann auch theoretisch Elversberg wieder oben anklopfen. Siehe letzte Saison. Aber ja, Köln mit 1,2er Quote. Der ganz klare Favorit auf den Aufstieg. Ist natürlich die Frage, wen die noch so abgeben müssen. Höger, Diehl, Limnios. Gut, das ist zu uns. Kaderbach ja auch. Zwei von Köln geholt. Sangaré, Bolrad, Lubitschitsch. Sargis, Adamjan in Richtung Cadiz. Da war ich schon im Urlaub. Wunderschön. Und dann haben sie sich ja geholt Alex Paschkanu. Zolaie und Nikolas Koza. Franzose wird wahrscheinlich eher Nikola. Nikola Koza, ausgesprochen. Naja. Magdeburg. Magdeburg. Junge, Timothy Fosu-Mensar von Manchester nach Magdeburg. Von M zu M. Das kann doch nicht sein. Ich geh nochmal kurz rein. Ah, das hat der will nicht. So, ähm. Tyler Spitzelberger. Schöner Name. Tyler Spitzelberger, Alter. Wir gehen jetzt erstmal rein gegen Uwe Koschinat und seine Wiesbadener. Und schauen mal, wie wir da auflaufen. Also, die große Frage ist, äh, und deswegen werde ich auch hier nochmal reingehen und auch das nochmal starten. Ähm. Ablöse-Forderung nicht angeben. Ich schaue nochmal ganz kurz durch, aber das haben wir bei allen. Ähm. Und dann mache ich hier nochmal Uno, Dos, Dres, Transfer anbieten funktioniert nicht. Das kann doch aber auch nicht sein. Das kann doch aber auch nicht sein. Also, wir können natürlich diesen Spielervermittler anstellen, aber das will ich nicht. Der verscherbelt den für 500.000 gefühlt. Das muss nicht sein. Das heißt, wir machen einmal kurz den Quervergleich. Wobei, wir müssen ja auch nicht. Fällt mir gerade auf. Soll ich einfach in der Anfangszeit mit Usun im Sturm spielen? Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen verschwendet. Ne, das möchte ich nicht. Ich möchte, glaube ich, die da schon so lassen. Heute sollte man nämlich natürlich mit der Startaufstellung reingehen. Das ist auch klar. Mit der möglichen. Vermöglichen. Habe ich hier nicht irgendwas noch gemacht? Ich lasse mal alles da. Ja, das ist soweit in Ordnung. Heißt Nathaniel Brown über die linke Seite. Aktuell ein Noah Katterbach über die rechte Seite. In der IV würde ich fast mal behaupten. Gürle Janyjelj auf der 6-Flick auf der BBM-Position. Prinzipiell natürlich gerne ein Thailan Duman. 75 Minuten. Ich nehme ihn trotzdem mal rein. Den werde ich noch auswechseln. Aber der soll sich da mit Möller-Dehli weiter einspielen. Rechte Position. Sagen sie hier gerade mal Limnios. Okunuki wäre auch noch eine Option. Was ist mit Hangbo los? Wann kann der wieder? In vier Tagen steigt er wieder ein. Okay, das heißt, der ist keine Option. Limnios zuletzt. Ganz ordentlich das Ganze gemacht. Wir müssen halt auch Okunuki mehr mit einbauen. Wir müssen halt auch Okunuki mehr mit einbauen. Was sagen die denn beim Potenzial? Durchschnittlicher Spieler nur. Aktueller Stand. Limnios. Guter Spieler. Goller hast du ja auch noch mit am Start. Auch nochmal ein guter Spieler. Aber ich glaube, wir werden das erstmal so angehen. Limnios rechts. Rechts und links. Und dann ist wie gesagt die Frage vorne. Sanogo oder Julian Kanya. Ich werde die beiden mal vergleichen, damit wir mal so eine Übersicht haben für alle, die vielleicht die beiden auch nicht ganz so kennen vom Spielertyp. Also, wir machen beide natürlich einen Stoßstürmer. Da möchte ich auch im System gar nicht grundsätzlich groß viel ändern. Im technischen Bereich der Unterschied nicht sonderlich groß. Freistöße nochmal Sanogo besser. Und Kanya eben auch aufgrund der Größe und seiner Physis im Kopfballspiel besser. Technik bei Sanogo. Sanogo übrigens 20 und Kanya 22. Im mentalen Bereich Kanya deutlich besser. Bringt da einfach überall mehr mit. Vier Nervenstärke mehr. Einsatzfreude fünf mehr. Antizipation drei mehr. Und dafür eben Sanogo nochmal der Schnellere. Das heißt, ich werde glaube ich vorne mit Julian Kanya starten. und werde einen Malik Sanogo dann als Supersub bringen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Der ist ja mit dabei, ne? Ja, das passt. Okay, ansonsten nehmen wir niemanden mit. Das heißt, das ist mal die Aufstellung. Und ja, ich muss die Bilder noch anpassen. Ich weiß doch, ich weiß doch, ich weiß doch. So werden wir reingehen, Freunde. Das ist ein bisschen mit Ach und Krach gefühlt, ne? Das ist ein bisschen mit Ach und Krach. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Auf geht's. 14 von 15 Auswechselspieler. Wir gehen rein. Erstes und letztes Match für die heutige Folge. Ich trinke nochmal einen Kaffee, äh, einen Kaffee, einen Tee. Und hier ist er, Sascha Mockenhaupt, Freunde. Robin Heuser übrigens auch ein Ex-Klubberer. Antonio Jonjic, Ivan Prataya nur auf der Bank. Julius Kadek, er war auch. Also durchaus ein paar. Ermin Pichakic haben die sich geholt. Vukotic auf der Bank, okay. Ähm, durchaus ein paar interessante Spieler. Ähm, gewinnen muss zur Gewohnheit werden. Ein Satz des fränkischen Philosophen. Lukas Hösch. Gewinnen muss zum, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Naja, na super. Herzlichen Glückwunsch. Zur Normalität werden oder so hieß es, glaube ich, ne? Ähm, wir lassen es wieder bei nur Kommentar und ich hoffe, dass wir natürlich hier mit einem Sieg aus der Nummer rausgehen. Ähm, im Idealfall mit einem zu Null sogar noch. Um mit einem guten Gefühl dann, ähm, Braunschweig zu Hause zu empfangen. Das ist das Ziel. Aber mal schauen. Im Idealfall trifft vorne einen Kanja. Im Idealfall irgendwie Usun und Limnios jeweils mit einer Vorlage. Das wäre der Traum. Wir haben auf jeden Fall deutlich mehr vor dem Spiel. Katterbach mit einer 7-0 auf der eigentlich positions-, also eher positionsfremden Geschichte. Da mit rechts hinten. Irgendjemand ist mit Katterbach zusammengeknallt. Und wir ermutigen nochmal. Carstens muss raus. Gute Besserung an der Stelle. Knapp 75 Prozent Ballbesitz. Über 90 Prozent angekommene Pässe. Und ein XG von knapp eins. Und jetzt ist er drin. Also Limnios. Flanke kommt rein. Und es ist nicht Usun. Es ist Usun mit der Vorarbeit oder was? Usun. Marzmöller, Deli, Mocki kommt zu spät. Herrlich. 1-0. Also die Kombi trifft schon mal. Jetzt am besten Limnios auf Kanja. Dann geht die Note und die Vorfreude und alles auch nochmal hoch. Ah ja. Jetzt sagt nicht, das war so. Teil an Du, Mann. Schöner Ball auf Nathaniel Brown. Der Mann, an dem Schalke, Bochum und Twente dran ist. Oh, der macht selbst. Ui. Was ein starkes Ding von Nathaniel Brown. Markt wird wieder um eine Million hoch. Kapper. So, passt. 2-0. 1,84 der XG. Gefällt mir dann doch schon sehr, sehr gut. So, Braun sieht gelb. So, auch mal schauen, ob ich Brown dann rausnehme. Wobei ich eigentlich immer ein Fan bin, im letzten Vorbereitungsspiel wirklich so zu spielen, als wäre es ein Pflichtspiel. Oder sagen wir mal zu 90 Prozent so, als wäre es ein Pflichtspiel. Deswegen wechseln wir auch nicht und gehen nochmal neu rein. Wer auf jeden Fall kommen wird, ist natürlich Sanogo für, ich würde sagen, ab Minute 60 für Kanja. Limnios wird safe rausgehen und Thailand Duman aufgrund seiner noch nicht ganzen großen, tollen Frische, die er am Start hat, wird auch nochmal rausgehen. Die werden wir safe wechseln. So, ich lobe einmal. Und dann haben wir gleich Minute 60. So, ist es. 59,45. Also, Sanogo rein. Will ich erstmal mehr sehen. Sanogo rein, Limnios raus, Kanji Okonuki rein. Nathaniel Brown nehme ich raus und bring nochmal Tim Handwerker. Kastrop für Katterbach. Kann er durchaus mal üben fast, oder? Den Rest lassen wir. Machen wir mal den Vierfachwechsel. Oh, es gibt den Anschluss. Kann er ruhig mal fast ein bisschen üben. Geht er über die, wer ist das? Brownseite, Betzner. Ball kommt irgendwie rein. Kovacevic, Martin, der kommt nicht ran. Okay. War tatsächlich dann dementsprechend noch vorm Wechsel. Ich gebe mal Konzentration mit. Und dann, wie gesagt, Minute 75. Knapp vorher werden wir nochmal wechseln, damit alle nochmal eine Spielnote bekommen. Die dann im zweiten Schwung mit am Start sind. Nämlich genau jetzt. Heißt, da werden wir auch nochmal durchrotieren. Weckesser? Fragezeichen. Doch, Weckesser darf mal rein für Usun, glaube ich. Ähm, Jekyll für Gürlejen. Puh, nee, Horn dann lieber. Horn rein. Puerta für Duman. Und dann haben wir noch Flick und Möller-Dehli theoretisch. Das heißt, Ali Luhn rein. Und von mir aus darf dann auch hier mal eine Niklasianen kommen. Ja, so viel zum Thema, äh, wechseln, äh, als wäre es ein Pflichtspiel. Wenn es ein Pflichtspiel wäre, dann hätten wir jetzt Punktabzug. Freunde der Sonne. Nee, aber damit wir zumindest bis zur 60. spielen, wollte ich damit sagen. Zumindest mal eine Stunde in einer, in einer vermeintlichen Startaufstellung für Braunschweig, wenn sich nichts tut. So, Weckesser scheinbar mit einem direkten Freistoß. Hui, rein in den Winkel. Sehr schön. Können wir uns merken, auch der Mann drängt von hinten. Okunuki mit einer 7-2, ebenfalls eine sehr gute Partie. Sanogo kommt nicht so rein, ähm, währenddessen sieht Horn gelb. Und wir gehen in die letzten Sekunden. Senomantor, Puerta, auf Jens Kastrop als Rechtsverteidiger. Okunuki. Kastrop. Ja! Oh, der Niklas. Aber ist schön zu sehen. Also, die zweite Garde, ähm, hat Bock und will da ein bisschen Druck machen. So. Unsere Vorbereitung läuft nach Plan. Ich glaube, das kann man mal mitgeben. Wir hatten jetzt auch, äh, soweit ich weiß, nur Siege, bis auf die Partie gegen, ähm, Rapid Wien. Und die haben wir komischerweise nicht selbst, ähm, wie sagt man, äh, geleitet. Na? Da merkt man schon. Komischerisch nicht da. Äh, ja, ja. Oder so. So. Das heißt, äh, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen voran. Wir werden, äh, ihr wisst ja, wie ansonsten das immer läuft. Normalerweise startet er immer eine, eine, eine neue Folge hier und geht dann so eine Woche mit dem Spiel als Höhepunkt. Aber ich werde jetzt, glaube ich, noch mal, Moment, das machen wir anders. Ich glaube, ich werde jetzt noch mal bis zum Braunschweig-Spiel nahezu hin simulieren. Damit wir transfertechnisch noch mal alles Mögliche machen können, was wir machen wollen. So, wir machen alle, nee, wir machen Taktik, Taktik, Standards, Teamgeist. Das ist nicht schlecht, so, gegen Braunschweig. Das heißt, ich würde fast sagen, wir machen trotzdem Ballbesitz, ähm, nee. Defensive, Offensive, Ballbesitz. Beim Ballbesitz möchte ich noch mal hier ins Pressing. In der Offensive möchte ich herausarbeiten von Chancen, Chancenverwertung. Und in der Defensive Zweikampf und Aktives verteidigen. Das passt. Dann werden wir da so reingehen. So, Freunde, wo kriegen wir denn jetzt die Kohle her? Können wir hier irgendwie ein Donation-Goal aufmachen? Winzheimer, jetzt sucht euch doch einen Verein. Ihr werdet hier nicht spielen. Ja, weil du weg sollst. Der will nicht gehen, der Winzheimer, Freunde. Ich sag's euch, wie's ist. Ich mein, mittlerweile bin ich ja schon bereit, die einfach, ähm, nahezu Ablöse frei ziehen zu lassen. Wie lange hat der noch vertracht? 30.06.25. Bevor der Mann uns da ein bisschen aufm, bisschen da blöd, blöd ist, ne? Äh, das machen wir. Ich mach mal für 125.000. Benni Goller, wie gesagt, da müssen wir nicht zwingend schauen. Ähm, 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 machen wir mal 700.000. Und schauen wir mal, ob da in irgendeiner Art und Weise was passiert. Und dann natürlich noch die Frage, Ivan Marquez. Für 1,5 Millionen drauf, ey. Immer noch zwei Vereine interessiert, Twente und Bochum. Ähm, kriegen wir den für eine Million weg? Kriegen wir den für eine Million weg? Jetzt muss ich jetzt was tun. Wir haben nicht mehr lange und wir brauchen noch ein paar Spieler. Ich will noch zwei Spieler fix verpflichten. So, das ist nix, das ist nix. Das ist nix, das ist nix. Braunschweig, Pauli, Magdeburg, Karlsruhe, Düsseldorf. Wir brauchen eigentlich einen guten Start in diese Saison. Pascal Stenzel, Freunde, wechselt nach Köln. Aber das ist halt der Unterschied auch, muss man ganz ehrlich sagen. Auch die bieten über eine Million. Da können wir halt leider Gottes nicht zwingend mithalten. Es ist die Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Und dieser Pepi, ey. Hoffentlich können, kann Pepi rein theoretisch schon früher zurückkommen. Während wir die DFB-Pokalauslosung haben übrigens. Die schauen wir uns doch mal an. Dü, 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 dü. Ich hab keine Ahnung, auf wen wir treffen wollen. Lautern gegen Stuttgart. Stuttgart, erste Runde ab auf dem Betze. Lieber VfB, ganz viel Spaß. Dynamo Dresden gegen Freiburg. Karl Zeiss Jena gegen Augsburg. Wormatia Worms gegen den VfL Osnabrück. Berliner beziehungsweise BFC Dynamo gegen den HSV. Interessant. Duisburg Heidenheim. Waldhof Mannheim gegen Offenheim. Lübeck, Dortmund. Meppen, Leipzig. Halle. Hauptstadt, Wolfsburg. Delmenhorst. Das ist, glaube ich, irgendwo in Hamburg, oder? Hamburg-Bremen irgendwo da die Ecke. Gegen Leverkusen. Oberachern. Das klingt bayerisch. Oberliga. Nee, Baden-Württemberg ist das. Baden-Württemberg. Gegen den FC Bayern München. Eintracht Hochkäppel. Gegen Köln. Backnang. Wir spielen gegen Backnang, Alter. TSG Backnang. Freunde der Sonne. Semiprofessioneller Verein. Legenden beziehungsweise favorisiertes Personal. Gibt es da irgendeine Verbindung? Mario und Leon Leutze. Sieht mir eher nicht danach aus. Also, Oberliga Baden-Württemberg. Freunde, da sollte doch was werden. Haben das Testspiel gegen Ingolstadt 2 mit 1-0 verloren. Also, da sollten wir doch wohl weiterkommen. Wir gehen die letzten Spiele auch noch durch. Trier gegen Hannover. Reutlingen-Magdeburg. Greifswald FC Darmstadt. Bremer SV Paderborn. Frankfurt-Schalke, also FSV. Homburg-Union. Luckenwalde gegen Bochum. Verl gegen Pauli. Rot-Weiß-Essen KSC. Braunschweig gegen Frankfurt. Bielefeld-Hertha. Sazl-Düsseldorf. Regensburg gegen Mainz. Wehen-Wiesbaden gegen Rostock. Hessen-Kassel gegen die Spielvereinigung. Eversberg. Sportvereinigung, Entschuldigung. Kiel gegen Bremen. Oh. Und Düren gegen Gladbach. NRW-Duell. Düren liegt bei Köln, soweit ich weiß. Aber das ist gut. TSG Backnang, Freunde. Also das, äh, ja. Das sollten wir meiner Meinung nach schaffen. Gehe ich jetzt mal ganz schwer von aus. So. Es gibt leider weiterhin nichts Neues. Transferfenster ist natürlich noch ein bisschen länger auf. Das ist mir schon klar. Ähm. Aber wir bräuchten halt jetzt schon langsam, aber sicher mal ein paar gute Leute. Martenia würde ich fast sagen, mache ich zum Kapitän. Und sollen wir Finn Jeltsch zum Vizekapitän machen? Es wird empfohlen, dass es Flick ist. Sehe ich auch fast noch ein bisschen eher. Sage ich euch ganz ehrlich. Chris Martenia ist neuer Kapitän. Und Florian Flick ist der Stellvertreter. Das ist doch in Ordnung. Äh, angeblich Braunschweig-Angola dran. Sehr gut. Ähm. Dann machen wir das auch mal ganz direkt. Ne, können wir leider nicht. Und was ich auch noch schauen wollte, war Riccardo Pepi. Was macht unser Riccardo Pepi? Ein sonstiges Spiel. Ach, das kann ich jetzt hier wieder nicht anschauen, ne. Ähm. Länderspielreise. Kann ich da drauf klicken? Ah ja, dann sind wir in den USA. Die sind aktuell in Gruppe D. Wann haben denn die ihre Spiele? Alter. Hä? 22. Was ist denn das jetzt hier? Freunde, wo sind wir denn jetzt? Körper. Was macht der grad? Oder muss ich da? Ah, ich muss wahrscheinlich Termin planen. Das ist ja wieder hier. Genau. U23 muss ich ja da schauen. Also. 25. 7. 28. 7. 31. 7. Und da werden sie wohl weiterkommen. Also 31. 7. Ist er frühestens zurück. Dann wäre er gegen Pauli wieder da. Zumindest. Dann würde er nur ein Spiel verpassen. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass die mit den USA da in der Gruppe weiterkommen werden. Das sollte eigentlich der Fall sein. So. Kann jetzt bitte irgendjemand ein Angebot abgeben? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okonuki fällt ein bis drei Tage aus. Ich glaube nicht, dass ich beim Vorstand finanziell nochmal was anfragen kann. Auch wenn gerade ein bisschen Kohle da ist. Aber das wird nichts. Wir müssen irgendjemanden erst verkaufen. So. Da kommt was. Angebot. 525.000. Benny Goller. Ähm. Der hat kein Interesse zu wechseln. Ich schaue mal, ob ich ihn überreden kann. Sehen Sie das als Option? Ich werde jetzt der definitiv ernster nehmen. Super. Was steht jetzt dann? Ich habe mit Goller über das Problem gesprochen. Wir nehmen das jetzt an. Ich hoffe. Ich hoffe, er geht. Goller. Mach einen Abfluch. Klingt jetzt ein bisschen drastisch. Aber wir brauchen das Geld. Wir brauchen die Goller-Kohle. Die Goller-Kohle. Bevor es zum Kollaps kommt. Zum Kollaps. Versteht ihr? Wirklich ein Kollaps. Entschuldigung. Ok. So. Für, ähm, die... Zweite. Wir werden Goller 90 Minuten spielen lassen. 45 Minuten Limnios. 90 Minuten Morrison. 90 Minuten Geis. 90 Minuten Weckesser. 45 Minuten, ähm, Kollege Schnürschuh. Kastrop. 60. Ali Luhn. 90. Karl Klaus. 90. Tim Handwerker. 45. Jekel. 90. Sanogo muss auch in Form kommen. 90. Keiner verletzen hier übrigens, Freunde der Sonne. Kommt ja nicht auf dumme Ideen. 90. Ja, 90. Und dann passt das. Die spielen morgen. Wir spielen erst in vier Tagen. Rest lasse ich nicht spielen. Von mir aus noch ein Benny Goller. Der Rest nicht. Ok. Fortfahren. Was tut sich hier noch? Das gibt's doch nicht. 14 neue Nachrichten. Augsburg hat Fusumensa verpflichtet. Sehe ich da gerade? Nämlich genau hier. 800.000 verdient er da. So, weg ist er verletzt. Ja da, super. Zwei bis drei Wochen. Und Winzheimer drei bis vier Wochen. Ok, Winzheimer werden wir nicht mehr loskriegen. Winzheimer werden wir nicht mehr loskriegen. Ich werde ihn jetzt, ich werde ihn jetzt, äh, mehr Kosten Freimer anbieten. Dann sparen wir wenigstens Gehalt. Das ist jetzt nicht unbedingt gut, aber wir müssen was tun in die Richtung. Aber den wird trotzdem niemand wollen. Geh ich mal schwer von aus. So, da haben wir noch mal was. Und beim Stürmer. Auch noch mal die Empfehlungen. Da kann man schauen, ob man eventuell am Deadline Day noch mal zuschnappen kann. Aber ich bin ja prinzipiell, prinzipiell nicht so unzufrieden. So, jetzt gucke ich noch mal, ob ich die mittlerweile erfragen kann. Vertrag. Nee, nicht Vertrag. Hä? Hat der abgelehnt? Der Transjahr wurde verschoben. Ah, nee, hier kann ich das bestätigen lassen, ne? Nee, das funktioniert noch nicht. Framberger, haben wir da die Kohle? Haben wir auch nicht. Aber genau, okay, okay, okay. Boah, ich war schon geschockt. Ich war schon kurz geschockt. Aber alles soweit in Ordnung. Nur irgendwelche Absagen, die uns nicht interessieren. Hermann abscheinbar nach Pauli. Real Madrid macht Angebot für Lukaku. Alles Themen, die mich nicht interessieren. Haraguchi zum KSC. Bapabababababababababababab. Fortfahren. Probetraining von Raman endet. Limnios verletzt. Hallo. Was hat er gemacht? Bei einem von ihm ausgehenden Tackling. Ja, na super. Schnittwunde an der Wade. Mit ganz viel Glück ist er halbwegs einsatzfähig. Kann aber sein, dass wir da nochmal rotieren müssen. So, tut sich jetzt hier nochmal was. Golle erteilt Eintracht Braunschweig-Absalke. Ich glaub, ich spinn. Wen willst du verarschen? Ich muss Framberger weiterhin verschieben. Ich hoffe, der stimmt nochmal zu. Aber... Muss ich nochmal die Klausel verkaufen hier? Die Frage ist, will ich das? Ist es das wert? 164.000, ich glaub schon, dass der noch viel mehr wert sein könnte mit der Zeit. Das bringen uns nicht die 10.000. Und ich mein, es ist nur jetzt erstmal die Partie gegen Braunschweig. Es ist nicht perfekt, wie das hier läuft. Da bin ich auch absolut offen und ehrlich. Aber es hilft ja nix. Ich glaub nicht, dass das noch was wird, Freunde. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Raman... Ja, muss ich auch nochmal verschieben. Och Gott. Ja gut, dann haben wir in dieser Folge viel gemacht und irgendwie doch nix gemacht. Und dann heißt, langsam reingehen. Nein. Oh mein Gott. Flick, 5 bis 11 Tage raus. Was passiert hier gerade? Okay. Okay. Da haben wir was zu tun, Freunde. Aber ich würde sagen, ich belasse es dabei. Es ist Freitag, 14.15 Uhr. Ich klicke noch einmal voran. Dann haben wir diesen Screen und dann endet nämlich die heutige Folge. Und dann können wir ab dem nächsten Part rein starten in die Saison. So machen wir das. Also, nochmal der ein oder andere Verletzte. Ich bin nichtsdestotrotz, Freunde. Positiv gestimmt. Das hier ist übrigens verschoben worden. So nicht. Jetzt müsste es besser sein. Positiv gestimmt auf die Saison. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gehypt. Und hoffe, dass wir da gut rein starten. Pauli auswärts wird natürlich brutal. Ansonsten zu Hause gegen Magdeburg und auswärts in Karlsruhe. Das ist alles in Ordnung. Also, zu Hause gegen Braunschweig, gegen die Relegationstruppe aus dem Vorjahr. Wir brauchen einen Heimsieg zum Start. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Ja. Da brauchen wir einen Sieg. Und dann mal gucken, was auf Pauli geht. Aber gut. Ich würde sagen, das war es für heute. Vorbereitung noch nicht abgeschlossen. Aber zumindest starten jetzt die Pflichtspiele. Und die Vorbereitung läuft parallel dazu. In dem Sinn. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst gerne ein Näumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da. Lasst nichts verpassen. Links unten in der Videobeschreibung abchecken. Wenn ihr auf Twitch vorbeischauen wollt. Jeden Tag nahezu um 10 Uhr sind wir live. Und wenn ihr euch den FM holen wollt, findet ihr da ebenfalls der unten Link. Für knapp 30 Euro das Ding. In dem Sinn. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Mit dem ersten Spieltag gegen Braunschweig. Und dann schauen wir mal, was das wird gegen die Löwen. In dem Sinn. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.